hallo und herzlich willkommen hier zurück im wunderschönen falkenstein zur 799 folge mein gott das ist ja der hammer 799 folgen minecraft toll oder was meinst du ja miet findest du gut und die kommandanten will jetzt immer noch nicht fertig ne das stimmt und das schloss was wir oben angefangen haben auch nicht und das denkt man auch nicht aber heute machen wir das denkmal fertig wir haben zwei armer ja bitte ja findest du ja was ist so unnötig ach so ich sie auch so den chat ja so besser und dank dass mich daran erinnert hast so jetzt erzähle richtig was ist denn was haben wir denn verstehe ja ich bin aber halt zurzeit viel beschäftigt und ja nein ach quatsch ich bleib nicht lange weg ja du kannst dann gerne auf ihr auf hektor aufpassen wenn du möchtest aber nur wenn du willst dann gibst du ein bisschen brot oder fleisch oder hier so eine kartoffel an die kartoffel mag er nicht vergas so ich muss jetzt erstmal weiter also nicht vergas also naja ihr wisst ja was alles ja der seefalke muss auch fertig werden mann um 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 ich brauche hier wasser ich brauche zweimal wasser da ist ein ruderboot da ist ein ruderboot hier wollten wir auch ein kleines häuschen bauen mit so einem fischerei hafen naja haben wir auch nicht geschafft nichts haben wir geschafft wir haben so viel zu erledigen und wir sollen auch noch zu aber nach ava aquatica auch noch ich weiß gar nicht wie wir das alles machen wollen schön wie das da hinten kommt und hier dann wenn hier so eine schöne prunkvolle brücke ist das sieht dann alles ganz toll aus wir laufen falsch ich weiß gar nicht wie wir das alles schaffen wollen freunde ich kann mich ja auch nicht teilen aber wir haben gesagt wir bauen in ava aquatica das silo dann bauen wir da so ein automatisches silo damit genug lebensmittel vorhanden sind so lange muss halt noch handarbeit gemacht werden das klang irgendwie falsch aber es wird schon richtig sein wir können eigentlich gar nicht weg wir können gar nicht eigentlich aus falkenstein weg um uns um projekte einer solchen einer solchen größe uns darum zu kümmern ja und seron hat ja eigentlich auch genug unterstützer da also werden wir dort nur wirklich nur kurz das silo bauen und dann fix wieder losreisen müssen wir es geht nicht anders oder wir lassen hier alles verkommen zu einer bau ruine das wollen wir auch nicht ne oder wollt ihr ja nicht oder etwa doch hoffentlich nimmt der ton auf hoffentlich nimmt überhaupt was auf ich bin so verwirrt was ist hier los warum liegt hier schnee ja interessante themen gibt es mit der folge 800 mache ich ja eine kleine konnte dann ist ja schon freitag das ist ja schon komplette urlaubswoche rum ach du das gibt es ja gar nicht heute ist donnerstag ne heute ist donnerstag oh mein gott wie schnell so eine eine verdammte woche umgeht oh man 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 und dann ist ja schon wieder freitag und dann ist schon wieder montag aber dann kommt ja keine folge ne wir machen eine kleine pause habe ich ja gesagt habe ich gesagt und hier sollte ich nochmal gucken ne ob hier alle blumen richtig sind ähm ich hätte gesagt ja hier sind überall blumen naja die sind ja immer ein bisschen versetzt manchmal naja die hängt da in der ecke die hängt in dieser ecke oh hier könnte eine fehlen oder hatte elision recht hast du gut gemacht elision gut gemacht aber hier haben wir eine ja hier ist richtig hier ist richtig hier ist richtig hast du gut gesehen wir können eigentlich schon wieder schlafen ne schon wieder schlafenszeit nö noch nicht was wird so doch das wird schön das wird schön und hier können überall tafeln dran so naja mal gucken ja ich nehme dein Ei mit gib mir dein Ei müde gute Nacht ach ja ich habe geschrieben grüße an Ceron schöne grüße so ähm haben wir hier alle blumen ich weiß es gar nicht ja 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 hier haben wir alle blumen haben wir hier ja alle blumen semble blumen ja 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 joh på ja Elysia und dann hast du wirklich diese eine blumen gesehen ich bin ja begeistert von deinem auge das nimmt mir fast schon den titel weg den titel ähm Warte mal, hier können wir doch jetzt hier noch Kommen wir hier mal so Und dann machen wir hier jetzt eine unendliche Quelle Einmal so und einmal so Dann füllen wir das hier auf, ne? Ich fasse es ja wohl nicht Hallo Huhn So, im Grunde müssen wir ja dann einmal hier Und einmal hier Dann hier Hier Da Da Wir müssen ja hier erstmal das Wasser stillkriegen, ne? So Ja Huhn, du brauchst gar nicht so gucken Dann einmal hier Und einmal da Zack 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 So, dann einmal hier Und einmal da Dann hier Dann da Dann hier Dann Und da Und dann einmal hier Und da Ähm Dann hier Und einmal da Und hier So, jetzt steht das Wasser, ne? Zack Und zack Dann können wir jetzt ja hier unten den Boden wegreißen Oh Fushanbau Ist ja ärgerlich Müssen wir mal gucken, dass wir da das Fundament richtig machen, ne? De, 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 de Oh Fast ertrunken Ich hab vergessen Ich hab gar keine Taureausrüstung Nein Nein Scheiß Eimer Mann Oh ne Oh ne Oh ne Ey Oh Oh nein Mann Diese Pisse hier Diese Pisse hier Könnte mich hier schnell aufregen Gibt's ja nicht Die Wasserphysik von Minecraft also Da könnte man dann das Ganze einfach wegschmeißen Gibt's ja gar nicht So Mann, 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 Mann Ah, Dummheit muss bestraft werden Das stimmt Da habt ihr recht Und das in der 799. Folge Wo wir eh schon keine Zeit haben Mann Ne Wo ist Uns fehlt jetzt eine blaue Blume Äh Wie kann das sein Wie kann das sein Wie kann das sein Ich bin aber sauer Jetzt bin ich aber sauer Und wir haben natürlich keine blaue hier Alles deine Schuld Blöden Hühner Brauchst gar nicht weglaufen Du musst gleich das nächste Huhnen Komm bloß ran hier auf den Meter Sieg ausgehunt hier Die mit ihren blöden Eiern hier Kacke Jetzt fehlt uns hier Dein Glück, dass du ein kleines Kind dabei hast Ah, du Du brauchst dich gar nicht verstecken hier Komm her So Hast du noch einen guten Huhn Hm Hm Da ist auch noch eins Schon wieder ein Ei gelegt Ich fasse es nicht Komm mich nicht hoch Ihr beide dürft leben Gerade so Verdammt nicht hier noch eins So Das habt ihr davon Jetzt habt ihr mich aber böse gemacht Eins, zwei, vier brauche ich nur So Eins Zwei Drei Vier So Jetzt müssen wir nach oben Wir müssen irgendwie nach oben Das Wasser runterlaufen lassen Und ich hoffe, dass es anständig runterläuft So wie ich es mir gedacht habe Mal gucken Ja Es sieht ganz gut aus Ja Doch 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 Ja Es läuft da durch Es läuft hier dran Es läuft hier nicht drüber Besser geht es nicht Perfekt So Im Grunde ist das Ganze ja jetzt fertig Im Grunde Wir haben aber allerdings noch ein paar Sachen vergessen Und zwar einmal hier eine Fackel Und hier eine Fackel Und die Blumen will ich es einfach weg Also unfassbares Ding Ding der Unmöglichkeit Theoretisch sind wir hiermit jetzt fertig Ich muss mal was liegen Ich sagte, ich muss weitermachen Theoretisch sind wir hiermit jetzt fertig Allerdings Ja komm, wir können hier das auch zu machen Allerdings Wollte ich ja hier noch einen Weg drum machen Und dieser Weg sollte ja Guck mal, das können wir jetzt alles hier wegspülen, oder? Hast du Feuer, schweiz am Heck Spült das Wasser, Schnee, schnell weg Läuft aber blöd hier runter das Wasser So, und dann kann man hier auch frei machen Und hier Und da Und dann hier Und hier Und irgendwie läuft das hier ganz blöd Wo läuft das hier alles so blöd Die Wasserphysik in Minecraft Ich sag's euch Freunde Oh, ups Was haben wir angerichtet? Wir haben eine Sintflut gemacht, guckt euch das mal an. Ach du Kacke, wird schon der ganze Schnee aufgedeckt oder was? Ei, 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 guckt euch das mal an. So war das eigentlich gar nicht geplant. Besonders nicht, dass es hier unten hinläuft. Ich habe den ganzen Berg runtergelaufen. So, dann können wir nochmal hier und hier und hier und hier. So, da ist jetzt hier der Schnee endlich weg, oder? So, und hier kann auch nochmal weg. Ich sag dir, kann auch weg. Ich sag dir, kann auch weg. So, und in der 819 Folge machen wir jetzt hier wirklich den Rest fertig, oder? Na, gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal, ne? In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. nous